In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, beweist Tobias Treue. Doch für wie lange noch? Wie ihr in der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, zuletzt sehen konnten, ist es Katrin, Ulrike Frank, gelungen, Tobias, Jan Kittmann, vor ihren Karren zu spannen. Ihre Argumente, Carlos, Patrick Fernandes, den Mord an Argem Sula anhängen zu wollen, waren überzeugend, umso mehr, als Tobias auf Sulas Handy alte Sprachnachrichten fand. Aus diesen wurde deutlich, dass sein Kumpel bereit war, ihn auf dem Weg zum CEO zum Bauernopfer zu machen. Tobias, das bist du nicht, das ist nicht dein Kampf, lass dich von Katrin da nicht reinziehen. Du gehörst zu den Guten, versuchte Carlos Tobias noch davon zu überzeugen, sein Alibi vor der Polizei doch zu bestätigen. Ohne Erfolg. Tobias platzierte sogar Sulas Handy, heimlich unter Carlos, Bett. Wenig später nahm die Polizei ihn fest. Auch Rosa Lehmanns, Joanna Schümer, Einschüchterungsversuch half nichts. Zwar drohte sie Katrin und Tobias, deren Beziehung zu Sula offen zu legen, doch letztendlich ließ sie Carlos aus Angst, der Ruf der Lehmann-Bank könnte weitere Schaden nehmen, fallen. Aktuell sieht es so aus, als ob Katrins Intrige Erfolg hat. Doch es ist durchaus möglich, dass sich das Blatt noch einmal wendet, wie die aktuelle GZSZ-Vorschau nahelegt. Achtung! Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am 11. März um 19.40 Uhr im FreeTV zeigt. Beim Streamingdienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen GZSZ Tobias packt das schlechte Gewissen schon als er das Handy in Carlos' Hotelzimmer platzierte, hatte Tobias Bedenken und zweifelte, das Richtige zu tun. Zwar versucht er in den nächsten Tagen weiter, die Gedanken an Carlos wegzudrängen, doch so sehr er sich bemüht, seine Skrupel und sein schlechtes Gewissen drängen an die Oberfläche. Wird am Ende er Katrins Plan vereiteln? Ich glaube, Carlos ist in einer Situation, die kein Mensch erleben möchte, das ist schon heftig, so Schauspieler Patrick Fernandes in einem RTL-Interview über die aktuellen Ereignisse in Carlos' Leben. Und es wird immer enger für ihn. Seine einzige Hoffnung sei jetzt Tobias. Das ist so eine von seinen Figuren, die er noch übrig hat, so Fernandes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.